Liebst du Parmesan, genauso wie ich? Sehr gut. Wir geben unsere Mini-Härnchenfilet in eine Schüssel, würzen mit Salz und Paprikapulver. Gut. Buttermilch und eine 30-minütige Prise Geduld. Am besten vier Stunden, aber so lange kann mein Magen nicht warten. Für unsere Panabe Mehl, die Hälfte lassen wir in dieser Schüssel. Stärke, Prise Salz, Paprikapulver, Paniermehl und Parmesan. Und die letzte Schüssel Eier. Für unsere Soße braten wir Knoblauch in Boudin. Geben bisschen Maya dazu, Light, Parmigiano, frische Petersilie. Geben das Hähnchen zuerst ins Mehl, danach ins Ei. Zum Schluss in unsere Mischung. Krittieren es in Öl. Ab in den Parmesan. Knuspriges Parmesan-Knoblauch-Hähnchen. Das ist Liebe. Guter!